moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial heute möchte ich euch mal zeigen wie ihr in dem gopro cineform studio eine zeitlupe erstellen könnt dafür öffnen wir es zunächst einmal und klicken auf import import new files suchen uns unseren clip und hier oben sieht man schon ich habe den jetzt in 60 frames pro sekunde halt aufgenommen bildung pro sekunde um eine bessere zeitlupe machen zu können ja jetzt ist das ganze hier in originalgeschwindigkeit um erstmal unseren bereich in dem die zeitlupe stattfinden soll so das sieht jetzt so aus und dann um die zeitlupe zu erstellen klicken wir jetzt hier unten auf advanced settings und hier sehen wir unsere auflösung unsere bildrate und die setzen wir nun auf 25 damit wir gut die hälfte haben 29 also 30 quasi geht nicht da ist irgendwie ein bug sieht man dann schon hier unten wenn wir jetzt auf convert klicken ich meine ad clip to conversion list und dann hier unten auf die details sehen wir dass hier irgendwie kein punkt gesetzt wurde da steht jetzt die frame 2997 das ist irgendwie ein bug und das kann er nicht immer erinnern und deswegen 25 sieht man hier 25 und das funktioniert so jetzt wird das halt ungefähr der clip ist jetzt doppelt so lang man ja hier sechs sekunden 35 und der ist dann im endeffekt zwölf sekunden lang und mit einer zeitlupe versehen wir klicken erst mal auf convert also wir sagen quasi er soll das einfach nur mit so und so viel bildern abspielen und dann haben wir unseren zeitlupe effekt das kann man sich jetzt mal angucken und sieht dann so so viel zum zeitlupe effekt in cineform studio ich hoffe ich konnte euch helfen und bis zum nächsten mal ciao